Und ich mach das das erste Mal jetzt halt auch mal aus. Und wenn die jetzt kacken, dann... Okay, das ist jetzt irgendwie blöd. Aha! So liebe Leute, jetzt zeigt uns mal der liebe Gothic-Cat. Warte, nimm's nicht auf! Nix da! Oh doch! Ich hab das vorher noch nie gemacht, ja? Nicht beschweren jetzt! Echt? Hast du das noch nie gemacht? Nee, ich probier's grad das erste Mal. Okay, wir versuchen jetzt zum ersten Mal eine Eierfarm zu bauen. Ich! Eher! Ah, ich mach's ja nix! Lass nur schuften! Natürlich! So ganz billige Arbeitskräfte hier, die sind doch ganz top! Wally, ich weiß nämlich nicht, äh, wieviel Blöcke fließt Wasser nochmal? Vier oder so. Nee, weiter. Okay, dann halt echt, äh! Das heißt, ich brauch' mehr! Mehr! Es muss aber... Die Strömung muss... Jaaaa! Ist jetzt gut! Ich muss gucken! Das ist langsam blöd! Das ist sehr langsam sehr blöd! So! So, ähm... So, jetzt hast du hier... Dann machen wir das so... Und dann mach' ich hier nen Eingang rein, damit ich mir die Eier abholen kann! Damit ich mir meine Eier abholen kann! Ich hab nämlich keine! So! Ja, das glaub' ich dir sogar! Ähm... So mein Lieber! Und jetzt? Jaaaa! Legst du da? Wo sind denn hier die... Geil! Was geht? Was geht jetzt hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Heiiiits die Backen still! Äh... Genau! Was sind denn hier die Hühner, Alter? Ich... Ich... Ah, hier! Ich wollt grad' sagen! auch wenn ich keine hab aber egal doch ich hab sogar welche ok dankeschön du bist ein sehr lieber Mann Knauze wieso fallen die Enten durch? was hast du da falsch gemacht? mann leuer will ich denn noch ein bisschen schäm nicht habst du gar... oh ok mehr geht nicht habst du Angst dass die... die Viecher ertrinken? die ertrinken doch nicht und ich mach das das erste mal jetzt halt doch mal... und wenn die jetzt kacken ok das ist jetzt irgendwie blöd was ist denn wieder blöd? du brauchst hier Blöcke warum brauch ich denn jetzt Blöcke? guck mal du siehst doch wie die auf den Kanten stellen... mann Abelabelab嘛 ok warte dann mach mir hier so was hin mann ich weiß nicht dass ich den Weg... kill die Ma... sie fällig doch zum leben aber so bleiben die doch nicht im wasser guck doch mal die stellen sich dann dahin und sind dumm ja jetzt hier weil er davor schon stunden die steht da wieder hin wenn wir vom blöck gehen ja geht nicht weil die wichsviecher da sind jetzt hättest du eigentlich auch den zaun erlassen können weil die können doch dann auch wenig stehen macht mich fertig du machst mich fertig ich habe keine ahnung wie scheiße jedes mal erst mal für deine juni so kann man das doch machen so ist es doch in ordnung was war das denn schon wieder du bist sehr laut die zuschauer kriegen einen höheren stutz die gucken immer noch zu ja ach nee habe ich ganz vergessen geh mal aus dem weg hier was was willst du mann siehst du so geht das wegen dir kriegen meine zuschauer und hörsturz sie gucken mir nie wieder zu na gut dann haben wir jetzt so eine komische tut mir leid an die weiblichen schuze hau die männlichen gehen mir auch schon bei alles gut und jetzt zeigen wir euch noch dieses gebäude das sich hier gerade schrank mäßig aufbaut das ist eigentlich noch höher ne ist es nicht oder ne ne das haben wir jetzt das haben wir jetzt geschafft seht ihr das da die brunnen und da so da fließt wasser das sieht cool aus das ist stilisch nacht man nix ja das hat stil jungen zu mir stil stil man und schon sind wir alle tot und dann werden die leichen hier raus gespült das ist ja da das wasser und dann haben wir hier das hier noch mit so geilen laternen und das war es eigentlich schon hier ist die arschmine und mein trinken ist schon wieder umgefallen und ja das war es dann auch wieder nicht wahr Herr Sicherheitsverkäufer Dings Vertreter was ist das denn warum fliegst du na super naja danke tschüss danke tschüss bitte tschüss warte mal ja mit den neuen Updates gibt es ein paar neue Bugs wie man sehen kann ja das ist gerade auch selten dann ist er wieder normal und es gibt aber einen riesigen Bug der kotzt aber richtig an und zwar ähm die Colten funktionieren nicht mehr nein nein richtig scheiße ist passiert